Wir suchen die Leistung und zwar die Leistung der Sonne, also wie viele Watt liefert die Sonne und machen das mit einer schönen, simplen Abschätzung mit einer alten Glühbirne. Und zwar haben wir eine 100 Watt Glühbirne und ein Schüler hat mit der Hand so sich in die Nähe begeben und bei 8 cm hat sich das so angefühlt wie die helle Mittagssonne im Sommer. Also man überlegt sich, mit dem Gesicht geht es noch besser, wir haben jetzt alle diese Masken an. Also man überlegt sich, wenn mir die Sonne ins Gesicht scheint im August im Urlaub, wie fühlt es sich an und dann gehe ich nah genug an die Glühbirne ran und habe ungefähr das gleiche Gefühl und mit diesen 8 cm gehe ich ran. Ich suche jetzt hier das da. Die Solarkonstante ist Leistung pro Fläche, also wie viele Watt pro Quadratmeter habe ich? Und das schätze ich eben mit dieser Glühbirne ab. Also weiter. Die 100 Watt verteilen sich ja auf eine Kugeloberfläche. Der Radius, schönen Meter, 0,08 Meter. Die Kugeloberfläche ist 4πr², nicht die 4 Drittel R hoch 3, das ist das Volumen der Kugel. Also und dann habe ich hier, also 100 Watt durch 4πr² gibt 1243 Watt pro Quadratmeter. Es sind ja nur 100 Watt, aber wenn jetzt das, das ist ja nur eine ganz kleine Fläche, würde diese Glühbirne in den ganzen Quadratmeter bescheinen mit dieser Leistung, 1243 Watt. Und das vergleichen wir jetzt mit der Sonne. Diese Zeichnung erkläre ich nochmal. Also ich habe jetzt hier die Sonne. Und die hat, hier ist die Erde, ja, und der Abstand sind 150 Millionen Kilometer. Und ich denke mir hier so eine Kugeloberfläche, ja, und schau mir dann hier, das ist ein Quadratmeter dieser gedachten Kugeloberfläche. Jeder Quadratmeter dieser Kugeloberfläche wird mit 1243 Watt beschienen. Wie viele von diesen Quadratmetern gibt es auf dieser Kugeloberfläche? Wenn ich das weiß, dann habe ich die komplette Leistung der Sonne in Watt. Also diese ist ja so, also das ist die Solarkonstante und die ist also die Leistung in Watt durch die Fläche in Quadratmetern. Und gesucht ist jetzt die Leistung in Watt, also mache ich P ist gleich diese Solarkonstante mal die Fläche. Und das tue ich jetzt hier. Ich habe hier, also, da habe ich, also P ist die Solarkonstante, einmal die Fläche, 1243 Watt pro Quadratmeter mal 4 Pi und so weiter. Also das sind 150 Millionen Kilometer und deswegen nochmal mal 1000, damit ich Meter habe und Quadrieren nicht vergessen. Und dann bekomme ich 3,5 mal 10 hoch 26 Watt. Also nicht mehr vorstellbar, 10 hoch 9 ist eine Milliarde und dann ist es einfach viel. Und das habe ich jetzt abgeschätzt mit Hand an die Glühbirne halten. So und nach Gefühl, ja, 8 cm war Schätzung. Jetzt gucke ich mal nach, wie die Theoriewerte sind. Während wir geschätzt haben, 1200 sind es in Wirklichkeit 1360 Kilowatt pro Quadratmeter. Und der Theoriewert ist 3,82 mal 10 hoch 26, wo wir hier bei 3,5 lagen. Also da waren wir sehr gut. Ein bisschen Glück war wohl dabei, ein bisschen Zufallstreffer. Man kommt mit dem Versuch aber schon meistens an die so 10 hoch 26. Das genügt völlig. Also dafür, dass der Versuch so simpel ist, hat man die Dimension erreicht.